Bleibt den Ballbesitz und macht weiter mit Tempo über Moritz Hartmann, Manuel Hartmann und Futac, Futac, Traumtor, Ingolstadt führt, der na endlich Moment, da ist er, schön spielen, wird also doch mal belohnt, hat einer doch schon immer gewusst, der Trainer, der hier, der Isinger, One Touch beim vorletzten der zweiten Liga, das ist doch mal ein Ausrufezeichen. Und wenn wir uns jetzt mal die Jungs in Weiß anschauen, dann stellen wir fest, allesamt Zuschauer auf den allerbesten Plätzen. Cottbus nicht im Bilde.